Margita Haberland ist eine deutsche Schauspielerin, Musikerin und Performance-Künstlerin. Leben Margita Haberland verbrachte ihre Kindheit in Berlin, flüchtete in den 1950er Jahren mit Mutter und Schwester nach Westdeutschland und lebte anschließend in Österreich, wo sie bereits 1963 am Jugendtheater Salzburg schauspielerische Erfahrungen sammelte. Sie besuchte für drei Jahre Dietz in der Schule in München, die sie 1967 nach bestandener Bühnenreifeprüfung als staatlich geprüfte Schauspielerin abschloss. Danach zog es Haberland wieder nach Berlin, wo sie mit Utrun Ensslin in einer Wohngemeinschaft lebte, sich jedoch schnell von deren radikalem politischen Kurs distanzierte. Ich gehörte eher zu denen, die ihre politische Wut in Form von Straßentheater oder Happenings umgesetzt haben, äußert sich Haberland in einem Interview in Jürgen Teipels Buch Verschwende Deine Jugend. 1968 spielte Margita Haberland in der Free Jazz Gruppe XY die E-Geige, war Ensemble-Mitglied bei der deutschen Uraufführung von Herr am Theater an der Briennastraße und in Rainer Werner Fassbinders Inszenierung Schung, als Straßentheater in München im Mai 1968. Ab 1974 lebte Margita Haberland in Hamburg und beschäftigte sich am Aufbau der Musiktheater- und Jazz-Rock-Gruppe Release Music Orchestra, auf deren Veröffentlichungen sie auch als Geigerin zu hören ist. 1979 lernte sie Axel Dill kennen, der sie zunächst mit zur Bremer Punkband Die Blender mitnahm, wo sie E-Geige spielte. Kurz darauf waren Dill und Haberland zusammen mit Frank Z. und FM-Einheit Gründungsmitglieder der Band Abwärts. Margita Haberland blieb bis 1981 bei Abwärts und entwickelte in dieser Zeit ihre persönliche Art die Singende-Säge zu spielen. Nach dem Bruch mit der Band und einem längeren Krankenhausaufenthalt zog Margita Haberland in die Vereinigten Staaten, wo sie an der Fachhochschule Naropa Institut in Boulder ihre schauspielerische Ausbildung erweiterte. 1983 nahm sie unter dem Namen Margita ihre erste Solo-Platte, die EP Dolly Jones & Tanz auf. Seit 1986 wieder in Berlin lebend beschäftigte sich Margita Haberland mit verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen. Sie spielte in dem Film Am nächsten Morgen kehrte der Minister nicht an seinen Arbeitsplatz zurück von Monika Funke-Stern. Neben Odukir die weibliche Hauptrolle in W.I.M. Wenders Der Himmel über Berlin ist sie 1987 in einer Nebenrolle zu sehen. 1988 spielt sie in dem mit dem Kritikerpreis der Kurzfilm Tage Oberhausen ausgezeichneten Film Paar Ferdamur mit. 1993 ist sie Hauptdarstellerin im Fernsehfilm Bild Leipzig. Haberland arbeitete zudem als Synchronsprecherin in verschiedenen Produktionen und ist seit 1994 in die filmpädagogische Arbeit von Kinderfilm Berlin, E.V. und Spatzenkino des Jugendkulturservice Berlin involviert. 2003 übernahm sie im Rahmen des Theaterprojekts Poesie Syndikat Berlin in Fassbinders Bremer Freiheit die Rolle der Mutter. Sie spielte 2004 im Theaterstück Die Miedergasse von Nagib Machfu in den Sofienseelen in Berlin mit und nahm an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Warum ist das Böse schön neben Odukir, Christoph Schlingensief und Monika Funke-Stern teil. In der Theaterwerkstatt Berlin stand sie im selben Jahr als sie war im Stück Die Küche auf der Bühne. Den Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit legte Magita Haberland in den letzten Jahren auf Medienkunst und Performance. In ihrem Auktionskunstwerk Die Schaukelmusik des Gleichgewichts hängte sie sich geigespielend in einer freidrehbaren Schaukel aus Rohren unter. Das große Scheunendach von Hof Lünsdorf zum 685. Jubiläumsjahr von Beitz im Jahre 1998. Es entstanden eine Reihe von Installationen und Videos an denen sie maßgeblich beteiligt war. 2004 All Cubes Project 2006 Kleine Volksberuhigung und Hütte Hilton 2007 Echtzeit 2008 Between Fiction and Fact und Utopie als Teil der Sommerwerkstatt Entmorene in der Konturei Lietzen Diskografie Solo 1977 Maya Goldberg bei Phonogramm 1983 Magita Dolly Jones Entanced Zickzack Records 2001 The Beat Goes on All Jelly Interdependence Productions mit Release Musikorchestre 1975 Garuda Rain 1976 Get a Ball Rain mit Abwärts 1980 Computerstart 1981 Arme Koma 1981 Roboter in der Nacht für Mutti